Herzlich willkommen zu einem der wahrscheinlich meistgefragten Tutorials auf diesem Kanal und zwar zur Plattform BitGet zum Thema Copy Trading. Wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert das System? Wie kann man den Profis quasi nachtraden automatisiert? Wie kann man die richtigen Trader, die richtigen Profis auswählen? Welche Einstellungen sind die besten? Ich zeige euch heute die Funktion. Am Ende gibt es auch meine Meinung dazu. Ich würde sagen, let's do this. Bevor es losgeht, falls du auch daran interessiert bist, die Börse BitGet zu benutzen, hast du sowieso schon die geringsten Gebühren. Aber mit meinem Link sparst du nochmal 20% auf alle Gebühren plus du hast diese ganzen Prämien und Einzahlungsbonis, die du sowieso auch bei BitGet hast. Selbst wenn du schon angemeldet bist, kannst du dich einfach neu registrieren und dir diese Gebührenersparnis abholen. Das Ganze muss einfach nur so aussehen. Hier 20% auf Wies und als Code. Ihr Empfehlungscode optional muss drei Backs stehen. Dann hast du das. Das ist der einzige Link, den es gibt, mit dem man diese Gebührenersparnis bekommt. Dankeschön an jeden, der das macht. Das ist win-win. Ihr kriegt weniger Gebühren. Ihr unterstützt den Kanal. Aber ich würde sagen, kommen wir zum Thema Copy Trading. Was ist Copy Trading überhaupt? Ihr findet das Ganze bei BitGet unter dem Tab Social Trading. Copy Trading an sich ist ein System, das quasi Tradern ermöglicht, die exakt gleichen Trades von anderen Tradern automatisiert zu replizieren. Dabei gibt es dann sogenannte Strategisten, die quasi eine Strategie haben und sich offen erklären, kopiert zu werden. Und Kopierer. Euch quasi, die dieses Tutorial wahrscheinlich schauen und einfach einen der bestehenden Trader mit dem Kapital, was ihr habt, kopieren wollt. Jedes Mal, wenn der Profitrader dann einen Trade ausführt, wird dann automatisiert mit dem Kapital, was ihr dem Ganzen zur Verfügung stellt, der exakt gleiche Trade ausgeführt. Das gleiche gilt aber auch für die Schließung des Trades. Falls der Trader profitabel ist, bekommt er einen Teil der Gewinne von eurem Trade gutgeschrieben. Falls er aber nicht profitabel ist, dann behaltet ihr eure eigenen Verluste. Das heißt, es geht natürlich mit einem Risiko einher. Die Idee dahinter ist, dass weniger erfahrene Trader selber einfach kein Research betreiben müssen oder können ihr Kapital an erfahrene Trader vergeben können, quasi, um so an ihrer Expertise zu verdienen. Es hängt dabei natürlich ab, welchen Trader man nimmt. Es gibt aber eindeutige Probleme und Nachteile von Copy Trading. Darauf gehen wir später ein. Plus, ich habe das Ganze selber ausgetestet. Ich zeige euch auch meine persönlichen Resultate, die ich dabei erzielt habe. Erstmal, wie kommen wir auf die Copy Trading Seite bei BitGet? Ihr loggt euch einfach bei BitGet ein und geht dann hier bei Social Trading auf Copy Trading. Und dann kommt ihr auch schon auf diese Seite, auf die ich jetzt gerade bin. Und hier seht ihr direkt auf einem Überblick die Top Trader. Das ist hier nach einem Ranking sortiert. Das Ranking ist abhängig an verschiedenen Faktoren. Vor allem, wie viele Assets die managen. AUM, Assets Under Management. Wie viel PNL sie quasi bisher hatten an dem Kapital, was sie selber tradet haben. Wie der Return on Invest dieser Trader ist. Das heißt, wie profitabel sie waren. Ihr seht jetzt hier schon große, gigantische Prozentzahlen. Das ist natürlich umso einfacher mit weniger Kapital, aber umso beeindruckender dann eben mit größerem Kapital, was dann hier das Kapital in der Management ist. Was sich aber natürlich auch jederzeit ändern kann. Und dann auch, wie viele Follower haben. Denn jeder verschiedene Trader ist mit einer Followeranzahl begrenzt quasi. Das liegt vor allem daran, dass BitGuard hier auch ganz klar weiß, jede Trading Strategie, jedes Market Alpha kann verwässert werden, wenn zu viel Kapital auf diese Strategie gesetzt wird. Deswegen 1000 Leute. Es gibt auch eine Beschränkung, wie viel Kapital ihr maximal einer Person geben könnt. Dadurch entsteht dann quasi ein Deckel. Wo ich tatsächlich sagen muss, als ich das Feature gesehen habe, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Begeisterung dafür bekommen, weil ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, jedes Market Edge, jeder Marktvorteil verwässert sich mit mehr Kapital. Dementsprechend, dass hier eine Grenze geschaffen wird, kann das Ganze bis zu dem Grad verhindern. Natürlich vorausgesetzt, dass der Trader überhaupt an sich ein System verfolgt, das profitabel und strategisch richtig ist. Also ihr seht jetzt hier erstmal ganz, ganz viele Trader. Und ihr seht auch verschiedene Rankings, nach denen ihr das Ganze sortieren könnt. Ihr könnt das Ganze auch anders darstellen. Ihr könnt das beispielsweise hier mit dem Graphen darstellen. Das bringt nicht wirklich was. Wir wollen ja den besten Trader finden. Da bringen uns tatsächlich auch die ROI-Zahlen, die hier auf den ersten Blick dargestellt werden, nicht wirklich viel. Dann gibt es noch diese Ansicht. Auf diese Ansicht können wir nochmal nach ein paar anderen Filtern sortieren. Ich persönlich muss sagen, ich finde tatsächlich die dritte Ansicht hier am besten. Warum? Weil wir noch zwei zusätzliche Dinge im Überblick haben. Und zwar zum einen die Win-Rate in den letzten drei Wochen und die akkumulierten Follower. Das heißt nicht nur, wie viele er live hat aktuell hier in 990, sondern wie viele er insgesamt schon hatte. Das heißt, es bringt uns nochmal ein bisschen mehr Diversifizierung in unsere Meinungsbildung. Dinge, nach denen ich persönlich sortieren würde, wären zum einen Assets Under Management. Jemand, der mit mehr Kapital tradet. Leute, denen mehr Kapital zur Verfügung gestellt wird, denen quasi mehr vertraut wird, haben vermutlich einen besseren Markteinblick. Denn wir können nicht wirklich in die Strategien einschauen im ersten Blick. Wir wollen ja erstmal eine Person überhaupt finden. Oder auch Leuten, die selber viel Equity haben. Das heißt, die selber viel Total Equity drin haben und nicht nur 5 Dollar. Und die bewegen sie dann und dann haben sie da 10.000% ROI. Sondern Leute, die tatsächlich mit Kapital auch reingehen. Man kann natürlich auch nach anderen Faktoren sortieren. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist hier auf den Filter gehen und unter Local das Ganze ausstellen. Damit nicht nur lokale Trader in gleichen Regionen angezeigt werden, sondern Trader in jeder Region. Außerdem kann man hier gewisse Tags auswählen. Vielleicht möchte man jemanden, der aggressiver tradet. Das heißt öfter Low Frequency, kleinere Timeframes und schnellere Trades, Short Term, Long Term Trader oder stabile Trader. Das kann man sich hier alles auswählen. Dementsprechend, was für eine Strategie man verfolgen möchte. Ihr seht, ich habe es jetzt ausgestellt. Jetzt hat sich das Ganze wieder ein bisschen verändert. Dann sehen wir hier auch, es gibt Trader. Da kann man direkt auf Copy Now klicken. Und dann welche, die voll sind. Die, die voll sind, da kann man nicht beitreten. Aber wenn einem ein Trader gefällt, dann kann man auf den Trader raufklicken und sich quasi eine Benachrichtigung reinholen, sobald ein Slot frei ist. Im nächsten Schritt sucht man sich jemanden aus. Beispielsweise jetzt diese Person hier, Principal. Er ist ein High Frequency Trader. Diesen Tag hat er sich selber gegeben. Er sagt aber, er ist stable. Er hat 1300% Return on Invest gehabt. Und er hat selber einen persönlichen Total Profit and Lost von 60.000 Dollar. Seine Follower haben ihm fast eine Million Dollar gegeben. 9.000 Leute waren bereits bei ihm. 1.000 ist es aktuell voll. Wir gehen jetzt einfach mal auf ihn rauf. Und ihr habt auch gerade gesehen, er hatte eine Win-Rate von 56%. Das heißt, alles was über 50% ist, ist erstmal in Ordnung für uns. Wir können jetzt hier auf seiner Übersicht sehen, was für Trading Pairs er tradet. Wir sehen, wie viele Wins und wie viele Losses er hatte. Wie viele Trading Orders er ausgeführt hat und so weiter. Wir sehen auch seinen Return on Invest in den letzten 7 Tagen. Wir können ihn auch in den letzten 24 Stunden betrachten. Da ging er hoch. In den letzten 24 Stunden seine persönlichen Profite gehen auch hoch. Und wir können aber auch auf die letzten drei Wochen schalten. Da gab es dann einen, ja, einen Fall. Einen großen Fall von seinen Profiten. Da war bei 71k Dollar, ist dann auf 59 tatsächlich runtergefallen. So etwas sollte man oder will man natürlich nicht mit seinem eigenen Kapital dann miterleben, sondern bestenfalls nur diese Anstiege. Und was wir auch sehen können hier, Order Type. Wir sehen seine Historie. Was hat er für Trades ausgeführt? Hier sehen wir, was für einen Hebel. Wir können hier sehen, in was für einem Zeitframe er die Trades öffnet und schließt. Wir können auch seine offenen Trades sehen. Wenn wir hier auf Coffee Trade gehen, dann sehen wir, welche Trades er jetzt aktuell mit was für einem Return on Invest offen hat. Da muss man halt ins Detail gehen, sich die Historie anschauen und dementsprechend anhand dieser Daten dann für sich entscheiden, ob man die Person als richtig gut empfindet oder nicht. Ich persönlich würde da vor allem auch auf die Losing Trades schauen. Hier sehen wir, in was für einem Timeframe quasi, wie lange er welchen Trade gehalten hat und ob dieser Trade verloren war oder nicht. Das kann man auch nach verschiedenen Timeframes filtern. Ich würde auf jeden Fall nicht jemanden nehmen, der kurz erst dabei ist. Principal ist seit 583 Tagen zum Beispiel ein Member. Ich persönlich würde sagen, solange er profitabel ist, selbst wenn er so einen Fall hat, ist das auf jeden Fall jemand, der besser ist oder besser geeignet ist, als jemand, der frisch dabei ist, selbst wenn er weniger Losses hat, weil diese Daten hier auf jeden Fall echter und zuverlässiger sind als andere Daten. Außerdem sehen wir unten Trading Volume. Wie oft hat er die letzten 7 Tage oder 3 Wochen getradet? Hier beispielsweise die letzten 7 Tage hat er viel Trading, hat viel getradet, denn es gibt Leute, denen gibt man dann sein Kapital, aber die traden dann nicht. Und wenn man aber möchte, dass Trades passieren, dann sollte man sich jemanden raussuchen, der auch aktiv ist. Das heißt, wir analysieren anhand dieser Daten, okay, wen möchten wir unser Kapital jetzt geben? Hier haben wir ein anderes Beispiel. Sea of Stars hat zwar nur 278% Return on Invest gehabt, hat 7000 Follower auch gehabt und hat jetzt gerade einen Platz frei. Und jetzt entscheiden wir uns dazu, okay, das sieht gut aus, der hat eine gute Win Rate, wir möchten den jetzt kopieren. Dann haben wir hier einmal so ein Trade Agreement, was wir einmal akzeptieren müssen. Klicken wir auf Confirm. Und dann haben wir hier Einstellungen. Und zwar können wir einmal die Pairs auswählen, die wir folgen wollen. Und wir sehen auch hier das Profit Share Ratio. Das heißt, 10% der Profits gehen an ihn. Da muss man ganz klar sagen, das ist eben immer von dem Trader abhängig. Er kann das bis maximal 10% setzen. Aber das sollte für uns in Ordnung sein, denn wenn wir in jemanden investieren, dann gehen wir davon aus, dass er profitabel ist. Sonst bringt das alles hier gar nichts. Ich würde die Pairs, die er hier hat, alle auswählen, weil, wie gesagt, wir investieren hier quasi in die Strategie dieser Person. Und wenn wir die Strategie dieser Person einschränken, dann reduzieren wir potenziell auch den Return von dieser Person. Wir haben nicht mehr Einblick in diese Strategie. Darum geht es bei Copy Trading, jemandem quasi in Anführungsstrichen blind zu vertrauen, basierend auf den Daten, die man hat, und so die Entscheidung zu treffen, da dann welche auszuschließen. Das kann man machen. Beispielsweise Bitcoin-Insierung würde ich jetzt anbehalten. Wenn es dann andere Coins gibt, die man nicht traden möchte, kann man das dann einfach ausstellen. Dann haben wir hier Margin Mode. Und zwar können wir hier eine Summe zwischen 10 und 3000 USDT geben. Das ist der Betrag, den wir quasi der Person fixiert pro Trade geben möchten. Das können wir beispielsweise 100 USDT stellen. Wenn die Person dann ein 50er Hebel Trade zum Beispiel aufmacht, dann wird maximal 100 USDT als Margin benutzt. Das heißt, unsere Position wäre im Endeffekt 5000 Dollar groß. Das heißt, das ist auch das, was maximal pro Trade verloren gegangen werden kann. Wir können hier dann auf diesen kleinen Pfeil klicken und dann statt Fixed Amount ein Multiplikator nehmen. Das ist dann für die Leute, die quasi kein festgesetztes Limit pro Trade haben. Dann kann man hier beispielsweise 0,5 eingeben und dann steht hier Orders Placed Each Time ist 0,5 Times Orders Placed by the Trader. Das heißt, wenn er beispielsweise eine Position in Höhe von einem Bitcoin setzt, dass man dann einen halben Bitcoin setzt. Umgekehrt, wenn man hier 5 setzt, dann kann man natürlich das, was dieser Trader macht, verfünffachen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich das aber limitieren, wenn ich jetzt hier einen Multiplikator eingebe? Und zwar hier bei Risikomanagement. Da müssen wir hier auf diesen Pfeil klicken und dann kann man hier bei Maximum Follow Amount die maximale Summe an USDT eingeben, die dem Trader gefolgt wird. Das kann man dann abhängig davon von seinem Profil einstellen. Das ist vor allem wichtig für diesen Margin Mode. Wenn man jetzt aber hier auf Fixed Amount geht und hier 100 USDT gibt, dann ist das hier eher zweitrangig, weil dann kann er ja nur pro Trade 100 USDT quasi vertraden. Eine andere Einstellung, die man hier bei Risikomanagement hat, ist seinen Stop Loss einzusetzen, bei dem dann quasi automatisiert rausgegangen wird, egal was der Trader macht. Wenn der Trade 40% im Minus geht, will ich raus. Wenn der Take Profit 40% im Plus geht, will ich raus. Ich würde das ehrlich gesagt nicht machen, aus dem Grund, weil du ja wie gesagt in diese Person investierst. Das heißt, nach seiner Strategie kann es ja mal gut sein, dass er einen Trade hat, der mal 50% im Minus ist, aber dann wieder ins Plus kommt. Wenn du ihm quasi diese Entscheidung wegnimmst, greifst du in seine Strategie ein. Man muss da experimentieren mit verschiedenen Leuten, ob da jemand eher Risiko gewillt ist, in die Historie schauen und schauen, okay, gibt es da jemanden, der sich dann einfach liquidieren lässt, dann macht es natürlich Sinn, potenziell einen Stop Loss irgendwo einzusetzen, um mindestens etwas zu ersparen an Gewinnen. Das heißt, selber in diesem Fall Risikomanagement nach unten hin zu realisieren. Bei anderen Trading Strategien macht es keinen Sinn, wenn es darauf ausgesetzt ist, dass er ganz kleine Beträge setzt, aber eben das Liquidationsrisiko eingeht für eine große Margin. Das ist wie gesagt vom Trader abhängig. Ich lasse es jetzt hier offen. Take Profit kann man sich selber reinmachen, macht aber meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Wenn er den Trade laufen lassen will, dann sollte man den Trade laufen lassen. Aber das steht alles einem offen. Dann kann man hier, wie gesagt, ich persönlich benutze jetzt hier Margin Mode, gebe dem 100 USDT pro Trade, klicke dann auf Next, muss das dann bestätigen, zack, confirm und das war's. Ich bin drinne und ihr seht jetzt schon meine persönliche Copy Trading Overview. Es ist jetzt Spoiler, ihr seht jetzt quasi meine Resultate von dem, was ich jetzt hier gemacht habe. Wie ihr auf diese Seite übrigens kommt, falls ihr da jetzt nicht abgeschlossen habt, ist, ihr geht auf Copy Trading und dann hier rechts oben, wenn ich jetzt auf Auge klicke, dann seht ihr, zack, auch eingeblendet. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe das mit ganz, ganz wenig Kapital gerade nur ausprobiert und ich habe vor allem auch erst vor zwei Tagen angefangen, das auszuprobieren. Wir sind jetzt hier auf dieser Übersicht, wie gesagt, so kommt ihr auf die Übersicht, so könnt ihr eure Resultate und Fortschritte verfolgen. Ihr habt hier einmal Positionen, alle die offen sind. Ihr seht aktuell, ist keine Position offen von keinem meiner Trader. Dann Trade History, da seht ihr die ganzen einzelnen Trades von den Tradern, die ausgeführt wurden, wie viel Profit der Trade jeweils gemacht hat, wie lange er offen war und so weiter. Ihr könnt hier auch auf More gehen und euch das noch genauer anschauen, von welchem Trader war das. Ihr könnt es auch teilen und hier bei Follow Trader seht ihr, welche Trader ihr folgt. Ihr seht, ich folge vier Leuten, dem vierten bin ich gerade erst reingefolgt mit 100 USDT, diesen zwei Leuten bin ich vorher schon gefolgt, das war Teil meines Experimentes und dem auch. Der hat gar nichts bisher gemacht, deswegen werde ich ihm jetzt entfolgen, zack, confirm, unfollow und dann folgt dem Trader auch nicht mehr. Die anderen beiden haben überraschenderweise unglaublich viel gemacht und ich habe es tatsächlich bereits auch runtergeschraubt, denn hier könnt ihr bei Edit das Ganze runterschrauben, beispielsweise hier bei dem Trader, der hat mir jetzt schon 370 Dollar Profite reingebracht. Ich habe ihn mit 100 Dollar vorher traden lassen, habe es jetzt vor dem Tutorial auf 10 runtergeschraubt, nicht, dass es jetzt auf einmal alles verloren geht von den Profiten, weil er ja sehr, sehr riskant tradet. Ihr seht auch, wie viel Equity er genutzt hat, dann abhängig von welchen Positionen er benutzt hat. Das heißt, hier seht, der hier hat schon sehr, sehr viel getradet, ich habe ihm ja 100 Dollar vorher gegeben, jetzt lasse ich gerade beide mit 10 Dollar einfach weiterlaufen, um zu sehen, was passiert. Ich würde ihn jetzt auch erstmal den neuen auf 10 Dollar runterschrauben pro Trade, denn man muss an dieser Stelle ganz klar beachten, es kann natürlich auch sein, dass die mehrere Trades auf einmal offen haben. Man kann es natürlich auf 3.000 stellen und dann, wenn ich es jetzt auf 3.000 gestellt hätte, dann hätte ich jetzt hier statt 370 Dollar 11.100 Dollar an Profiten gemacht. Das wäre natürlich cool gewesen, aber es hätte natürlich auch viel mehr Risiko involviert. Ich kenne die Leute nicht. Also meine Empfehlung wäre da einfach abzuwarten, die Leute im Detail zu analysieren, die ganzen Trades anzuschauen, vielleicht sogar auch auf die einzelnen Trades in die Historie gehen und schauen, wann sie gemacht wurden, um so ein bisschen den Trader dahinter zu verstehen. Es geht nämlich im Grunde genommen beim Copy Trading einfach nur darum, dass du der Person vertrauen musst, die für dich diese Trades setzt. Da kommen wir auch jetzt zu meiner Meinung zum Thema Copy Trading und dem Problem von Copy Trading. Ich persönlich halte nicht viel von Copy Trading. Ich habe es jetzt für das Tutorial ausprobiert und ich habe euch das Tutorial erstellt, weil viele danach gefragt haben, weil viele das Ganze unübersichtlich war und sie nicht verstanden haben, welche Zahl wo was genau bedeutet. Das große Problem ist einfach, dass die Performance von dem Trader abhängig ist und ihr nicht wirklich wissen könnt, was der Trader macht außerhalb das, was er bisher gemacht hat. Das heißt, ihr könnt sehen, was hatte der für eine vergangene Historie, dann in diese Person investieren, aber am Ende des Tages Einfluss habt ihr nicht. Traden lernt ihr nicht daraus, daraus lernt man gar nichts, man weiß ja nicht, was da überhaupt passiert. Man hat keine Kommunikation mit dem Trader und wie ich bereits erwähnt habe, umso mehr Kapital eine Trading Strategie zur Verfügung gestellt wird, umso mehr wird der Market Edge, der Vorteil, den du über den Markt hast, verwässert. Das heißt, die Strategie kann profitabel sein, dann kann sie irgendwann unprofitabel werden. Ihr lasst das Ganze für 60 Tage laufen, es läuft 30 Tage gut, am 31. Tag verliert einer 50%, verliert 5 Trades am Stück. Deswegen muss man das Ganze auch tatsächlich nicht einfach passiv laufen lassen, sondern immer wieder reinschauen und dementsprechend anpassen, bei wem man wie viel Kapital zur Verfügung stellt und auch vielleicht sogar die Trader hin und her ändern, bis man jemanden gefunden hat, bei dem einem der Trading-Stil gefällt. Sicher ist es aber auf gar keinen Fall. Man muss sich ganz klar über die Risiken hier bei Copy-Trading Bewusstsein meiner Meinung nach. Ich persönlich betreibe es nicht, wie gesagt, weil es mir nichts bringt. Ich habe meine eigenen Strategien, ich führe meine eigenen Strategien aus mit meinem eigenen Kapital. Ich persönlich kann auch nur jedem empfehlen, selber traden zu lernen, weil es nichts bringt. Irgendwann wird ein Trader nicht mehr profitabel sein. Gut, jetzt war er profitabel, vielleicht wird er auch von Anfang an nicht profitabel sein, da wo er einsteigt. Also es gibt wirklich unendlich viele Risiken. Es kann aber auch funktionieren, das muss man an dieser Stelle eingestehen, vor allem mit dem Cap. Das finde ich, das ist das Gute hier dran, dass du eben nicht unbegrenzt viele Leute hast, die in eine Strategie reingehen können. Das können die Trader auch selber festlegen. Das heißt, da vielleicht auch nach Tradern suchen, die weniger Leute drin lassen und trotzdem gute Gewinnraten haben, gutes Eigenkapital haben und auch gute Assets an der Management haben. Darauf würde ich persönlich achten. Man kann das Ganze tatsächlich interessanterweise so ein bisschen als Hedge gegen sich selbst verwenden. Wenn man beispielsweise selber jeden Tag tradet, kann man sagen, okay, ich schaue mir jetzt einen Trader an, der tradet ganz anders als ich, dann lasse ich das halt mit 100 Dollar laufen nebenbei, trade selber. Und wenn ich es dann verkacke, dann ist er der Hedge, weil er tradet ganz anders. Da gibt es schon ein paar interessante Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. So von dem, was ich davon gehört habe. Ich würde aufgrund, wie gesagt, dieses Caps auch nicht sagen, dass das Part 2 was Schlechtes ist. Es ist nur dahingehend negativ, weil man selber nicht wirklich was davon lernt. Beachtet diese ganzen Risiken, seid euch ganz klar darüber bewusst, dass bei Copy Trading ihr die gesamte Kontrolle abgebt und keinen Einblick darauf habt, was tatsächlich passiert, sondern nur die Zahlen am Ende zurückbekommt. Und wenn ihr euch darüber bewusst seid, probiert es gerne aus. Meiner Meinung nach geht nichts über normalem Trading, aber das war es von dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, welches Tutorial ihr noch zur Plattform haben wollt. Das war es. Peace.